Die hier ist ein Lobbytraum, Verbraucherschutzgesetze macht sie kaum. Stattdessen gibt es Rangeschleimi und ein Werbeclip mit dem Nestle-Heini. Julia glaubt an den Weihnachtsmann und dass die Wirtschaft freiwillig korrekt sein kann. Gesunde Ernährung, glaubt sie scheinbar, ist mit Profitgier gut vereinbar. Oh Gott, hier wird nur dumm gelacht und der Lobby Bock zum Gärtner gemacht. Und deine Kumpels sind genauso schlecht, der Dieseldusse und der Kohleknecht. RBI, NBW, BMW, VW, der fährt schnell, weil's für ihn voll der Kick ist und scheißt aufs Klima. Weil das meine Politik ist. Und dieser Eumel, es ist tragisch, ist beim Kohleausstieg eher lethargisch. Oh Gott, oh Gott, ist die Lobby so mächtig? Oder seid ihr nur mittelprächtig? Jeder von euch nur ein Lobby-Clown. Da kriegen wir das kalte Grau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.